Hallo zusammen und willkommen bis Swiss Simracing Games. Ich habe leider schlechte Nachrichten für euch. Und zwar werden in den nächsten 2-3 Monaten fast oder sogar gar keine Videos mehr kommen. Der Grund ist dieser, ich bin zur Zeit mits der Diplomarbeit von der Technikerschule und auch beim Arbeiten recht viel mit Ohren. Ich habe jetzt schon 3 Jahre von der Technikerschule hinter mir und bin jetzt eigentlich überall genügend, habe meinen 4,5-5er Schnitt. Und jetzt liegt es eigentlich nur noch die Diplomarbeit. Darum stelle ich jetzt hier auf YouTube etwas zurück, dass das sicher gut kommt. Natürlich werde ich nach dieser Zeit sicher wieder Videos aufnehmen. Besonders gerade Project Cars 2, wo ich mich wirklich sehr darauf freue. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das dann wirklich schon im September rauskommt. Aber ja, das ist wie es dann halt Anfang 2018, mit dem kann ich auch noch leben. Damit ihr euch jetzt trotzdem noch auf etwas freuen könnt, kann ich euch schon jetzt mitteilen, dass ich mir nach dem ganzen Stress noch einen neuen PC wieder zusammenstellen. Dann sieht dann das ganze Videomaterial etwas geiler aus und vor allem flüssiger. Ja, ich werde mich dann sicher auch wieder um meinen YouTube-Kanal kümmern. Gerade besonders das Kanal-Intro-Video zum Beispiel, wo ich eigentlich schon seit einer Ewigkeit mal ein neues machen wollte und einfach nicht dazukommen. So Sachen werden sicher auch wieder mehr kommen. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, den Kanal noch weiter abonnieren zu behalten. Dann bekommt ihr sofort sofort wieder die Info, sobald ich wieder anfange Videos aufladen. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt in zwei Wochen plötzlich sage, ah gut, jetzt habe ich geäbige Zeit, machen wir wieder ein Video. Dann lade ich das natürlich selbstverständlich auch wieder hoch. Habt auch mal eine gute Zeit. Und gamert für mich auch noch etwas. Weil ich werde nicht so wahnsinnig dazu kommen in dieser Zeit. In diesem Fall, das wäre es gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen.